Ja, hallo Peter. Heute Sonntag, Abschlusstraining gerade zu Ende. Wir haben den zweiten Spieltag also fast hinter uns. Was ist so dein Resümee über den Spieltag? Ja gut, das Resümee über den Spieltag ist so, im Grunde genommen, sie kochen alle nur mit Wasser. Ob das Stuttgart ist, haben wir geguckt, oder auch überall, also Sandhausen und wie sie alle heißen. Das ist richtig 2. Liga, also muss ich schon sagen. Und zum HSV gesagt, wir sehen ja hier und haben uns das Abschlusstraining angeguckt, mehr kannst du nicht machen. Sie haben gut trainiert die Woche, Dieter hat alle Kommandos gegeben, also und heute auch. So ein gutes Abschlusstraining und so intensives Abschlusstraining habe ich hier unter keinem Trainer gesehen, das muss ich so sagen. Also der Tisch ist gedeckt, jetzt müssen wir nur noch Punkte holen in Nürbe. Das ist natürlich Pflicht. Ja, Peter, was sagst du zu St. Pauli, der Abwehrchef, verletzt, fällt aus? Ja gut, zu St. Pauli kann man natürlich sagen, Christoph, aber nur noch mal alles gute, schnelle Genesung. Aber da fällt ein halbes Jahr aus, habe ich gehört. Der hat einen Wadenbeinbruch, also das dauert ja länger. Das sah ja auch nicht gut aus. Ich bin mit dem Christoph so ein bisschen befreundet und natürlich für ihn alles Gute. Und ihr wisst ja, für mich ist das Fußball, das geht nicht um Hass oder irgendwas. Also wir würden auch hier mit zwei Bundesligisten in Hamburg gut klarkommen. Aber wie gesagt, bei St. Pauli ist auch nicht alles Gold, was glänzt im Moment. So sehe ich das. Also du sagst eine gesunde Rivalität, aber kein Hass. Auf sicher. Rivalität immer. Und auch bei den 4-0, da bin ich über den Kiez gefahren. Und da haben sich alle verschieden weggeguckt. So will ich das ja haben. Aber kein Hass. Hass gibt das bei mir nicht. Ich hasse keine Leute. Ja, Peter, das Training war gut. Und dann wollen wir sehen, dass morgen drei Punkte nach Hamburg kommen. Ja gut, noch was gesagt. Ich habe noch was. Bei Thörlis Knöll liegt mir so ein bisschen am Herzen. Der Junge, der weiß genau, wo das Tor steht. Das spielt ja in Nürnberg. Und unser Christian, Martin, ja auch. Alles Gute für euch beiden. Aber die Punkte gebt ihr uns. Und dann ist das okay. Alles klar. Nur der HSV. Tschüssi, tschüss. Tschüss, schönen Sonntag noch. Tschüss. Peter, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Bis Tobi, tschüss, hau rein.